Henrik fragt Pete Smeet, wer ist euer liebster Musikinterpret? Seitdem ich Jugendlicher bin, bis heute, die Ärzte. Aus Berlin. Da Funk. Beste. Ich habe jetzt gar nicht mehr in letzter Zeit die... Also ich höre echt wenig Musik in letzter Zeit. Aber wovon ich mir halt immer irgendwelche Alben oder sowas hole, ist halt Rammstein. Ja? Beste Band. Mein liebster Musikinterpret ist... Boah, Rammstein oder Amon Amarth? Ich nehme letzteres. Für jetzt. Linker Park oder 30 Seconds to Mars? 30 Seconds to Mars. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.